Ja, unser Video, unser Team Tiefgang mit Überwachung von hier da hinten. Jetzt bist du im Bild. Jetzt wollte ich gerade mal hinzoomen zu unserem Polizeibootweg, das sich jetzt hier hinter der Insel so verschanzt hat. Das ist wie Bergstrich. Jetzt kommt der andere mit dem kleinen Buhl wieder. Ich schaue jetzt erstmal. Die Bühne sind gleich hier. Gut. Der war gut. Der hat ja den Kahn, oder? Der war gut. Stimmst du mal? Mhm. Nur man erkennt auf dem Display, ist überhaupt nichts. Voll zum Guck.